So, willkommen Leute zu dem kleinen Video, bei dem ich euch einfach nur erklären möchte, weshalb keine Videos kamen und wie es jetzt weiter geht bzw. aussieht. Nun ja, es gab eigentlich im Großen und Ganzen zwei Kriterien, weshalb gerade die letzten zwei, drei Wochen relativ inaktiv waren, nachdem es vom Urlaub wieder da war. Im größten Teil war es erstmal Schulbeginn, Schule, Stress, Büsse und alles drumherum dran. Ihr wisst ja selbst, ihr geht zur Schule, ihr wisst wie. Nun ja, nervig das ist, das ist immer ein Grund. Wäre es nur der Grund, wäre es aber hier trotzdem nicht so in Aktivität gekommen. Ein zweiter großer Grund war, dass ich mein Gaming Room auch relativ, nachdem ich von Urlaub wieder da war, also es war auch länger geplant, angefangen habe, oben zu bauen. Die Bauarbeiten laufen jetzt immer noch und deshalb kann ich auch relativ schwer nur aufnehmen, wenn man ganzer Schreibtisch und so im Prinzip weg ist. Aber gut, naja, das hat das jetzt das meiste, ist jetzt soweit, passt das schon. Quasi so, dass ich Provisores erstmal aufnehmen kann. Da gilt es für sein, dass die nächsten zwei Wochen noch ohne Greenscreen, aber es kann niemand aufnehmen. Denn zwei Wochen sollte ich mein Aufnahmestudio wieder relativ normal haben, hoffe ich mal. Naja, und der dritte Grund war, was auch noch dazu kam, und die drei Kriterien haben wir irgendwie zusammen dafür geführt, dass es jetzt zum inaktiv sein kam, war das ist auch ein paar familiäre Probleme, sage ich es mal hatte, die es aber jetzt schon relativ geklärt haben und alles wieder gut ist. Nun ja, diese drei Kriterien waren es, die dafür geführt hatten, dass die letzten zwei, drei Wochen, insbesondere die letzte Woche inaktiv war, dies wird es jetzt beheben, denn morgen Abend, Dienstag, den 26.09. Tour ist ab 20 Uhr abends. Platoon zwei Livestreamen, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und zuschaut. So quasi, ich komme weg, also es ist nur ganz normal der nächste Part halt. Dann wird es auch weitergehen, ich probiere zwei Videos täglich zu bringen, weil es halt nicht, wie es geht mit Hulu und so weiter, vielleicht wird es auch auf ein Video reduzieren, aber ein Video kommt definitiv täglich. Ja, einfach damit ihr es wisst, weshalb es jetzt die letzten zwei, drei Wochen nicht so viel war, das wird es ändern, es wird ab jetzt alles wieder normal fortgesetzt und morgen, am Dienstag, den 26. September ist eben um 20 Uhr ein Splatoon 2 Livestream. Wollt mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao!